Liebe Zuhörende, habt ihr gewusst? Ihr könnt meinen Podcast mit einem Euro pro Monat unterstützen. Besucht einfach patreon.com slash schlafgut mit jedipedia oder klickt auf den Link in der Episodenbeschreibung. Danke! Hi, mein Name ist Nikolas und du hörst Schlafgut mit jedipedia. In dieser Schlafgut-Folge lese ich dir den Artikel zu Darth Plagueis vor. Wir bewegen uns jetzt also zum größten Teil im Legends-Bereich. Viele Informationen, die du gleich hören wirst, sind dem Darth Plagueis-Roman von James Lucino entnommen. Ich schätze diesen Roman ungemein und kann ihn dir nur ans Herz legen, falls du noch nicht reingelesen hast. Im Übrigen hat sich diese Folge ein Hörer auf Instagram gewünscht. Und bevor es gleich losgeht, lass uns dreimal entspannt ein- und ausatmen. Bereit? Atme ein. Ein- und aus. Ein- und aus. Ein- und aus. Und aus. Viel Spaß beim Hören und schlaf gut. Darth Plagueis, geboren als Hego Damask, auch unter seinem Beinamen der Weise bekannt, war ein Sith-Lord, der der Spezies der Moon angehörte. Er lebte ein Jahrhundert vor der Schlacht von Javin und war ein Meister im Umgang mit der Macht. Durch seine speziesbedingte Langlebigkeit konnte er viele Geheimnisse der Macht erforschen. Er besaß das geheime Wissen der Sith, Leben zu erschaffen und zu erhalten. All sein Wissen brachte er seinem Schüler Darth Sidious bei, der seinen Meister im Schlaf tötete. Plagueis offizieller Name war Hego Damask, unter dem er als Leiter von Damask Holdings, einer Investitionsfirma der Moons auf Munilinst, arbeitete. Biografie Plagueis war der Sohn von K. Damask, dem Administrator von Maegito. Geboren und aufgewachsen ist er deswegen auf diesem unwirtlichen Planeten und nicht wie die meisten Moons auf Munilinst. Seine Mutter, eine unbekannte Moon, war akribisch interessiert an der Entwicklung ihres Sohnes. So dokumentierte sie von klein auf sämtliche Details bis hin zu seinen geheimsten Gedanken. Vor allem war sie an den Gefühlen Plagueis interessiert, wenn er mit Kindern anderer Spezies spielte. Noch vor seinem fünften Lebensjahr bemerkte Plagueis, dass er besondere Fähigkeiten hatte, zum Beispiel, dass er andere Kinder manipulieren konnte. Seitdem waren sie für ihn weniger Spielkameraden als Spielzeuge. Nachdem er versehentlich den Willen eines anderen Jungen dermaßen beeinflusst hatte, dass dieser aus dem Fenster sprang und starb, eröffnete ihm seine Mutter, dass auch sie und sein Vater die Fähigkeit besaßen, andere zu beeinflussen. Diese Fähigkeit musste er allerdings als Geheimnis bewahren, weshalb Plagueis früh lernte, sich von anderen abzuschirmen. Zwischen einem auf Maegito verkehrenden Jedi und ihm selbst nahm Plagueis eine gewisse Ähnlichkeit, aber auch ganz deutliche Unterschiede wahr. Diese Unterschiede waren bislang so stark, dass er eine regelrechte Abneigung gegen die Jedi entwickelte. Da er seine Kräfte inzwischen nahezu perfekt vor anderen verstecken konnte, nahm keiner der Jedi die Machtintensivität des Jungen wahr. In Darth Tenebris, der häufig seine Eltern besuchte, spürte er hingegen eine Macht, die seiner durchaus ähnlich war. Einige Jahre später verkündeten ihm seine Eltern, dass sie ihn ab sofort nicht mehr als Sohn aufziehen könnten und er vielmehr zu Tenebris gehörte. Aufstieg zum Sith Lord 67 vor der Schlacht von Javin befand sich Plagueis mit seinem Meister Darth Tenebris, einem Bith, auf dem Planeten Bal Demnic, da Tenebris durch geheime Quellen über das reiche Vorkommen von Korthauses Erz in einer Kristallhöhle erfahren hatte und dieses Erz abbauen lassen wollte. Tenebris und Plagueis wollten sicher gehen, dass das Erz nicht zuerst von den Jedi entdeckt wurde, da sie dieses sofort konfisziert hätten. Nachdem ein Sondierungstruide durch eine vorprogrammierte Subroutine eine Litangasblase anbohrte, waren die Sith gezwungen zu fliehen, um der Explosion zu entgehen. Nach der Explosion und dem drohenden Zusammensturz der Höhle ergriff Plagueis die Chance und tötete seinen Meister, indem er die Decke über diesem zusammenbrechen ließ. So sorgte Plagueis allerdings auch dafür, dass das Schiff, mit dem sie angereist waren, ebenfalls zerstört wurde. Rückkehr nach Munilinst Aufgrund der Verletzung, die Plagueis von der Explosion davongetragen hatte, lief er gestützt durch die Macht zum Raumhafen von Baldemnik, um von dort aus nach Munilinst zu gelangen. Plagueis wählte den Frachter aus namens Wehklage und versteckte sich zwischen der Fracht einer Ladung Fische von Baldemnik. Die Besatzung bemerkte ihn jedoch, nachdem sie in den Hyperraum getreten war, und überlegte, wie sie mit Plagueis nun umgehen sollte. Er forderte, gegen eine angemessene Bezahlung, auf Munilinst abgesetzt zu werden. Die Besatzung entschied sich jedoch, Plagueis nach Absprache mit den Behörden auf Baldemnik wieder dort abzusetzen. Als der Käpt'n, eine Togruta namens Elinla, Plagueis von diesem Vorhaben erzählte, tötete er die gesamte Besatzung der Wehklage, bis auf den Druiden Eleven for Die. Bevor die Besatzungsmitglieder starben, versuchte Plagueis, die Medichlorianer der Besatzung am Leben zu erhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Der Sith beschloss, den Druiden zu behalten, und steuerte die Raumstation von Boss Cabra, einem Duck, an. Dort traf er unter seinem Decknamen Hego Damask als Magister von Damask Holdings ein und forderte ein Raumschiff samt Pilot, mit dem er nach Munilinst gelangen konnte. Er befahl einigen Bediensteten, den Speicher von Eleven for Die teilweise zu löschen. Der Druide sollte die Ermordung der Besatzung der Wehklage nicht mehr im Speicher haben. Plagueis erachtete aber als nützlich die ursprüngliche Programmierung des Druiden, der chirurgische Fähigkeiten besaß. Auf Munilinst angelangt, wurde Plagueis von einem Komitee von Damask Holdings, zu dem auch Lash Hill gehörte, empfangen. Er erinnerte Plagueis an die Notwendigkeit, schnellstmöglich nach Sojourn zu reisen, da dort eine Zusammenkunft der Bündnispartner von Damask Holdings stattfinden sollte. Auf dem Weg zu einem Luftgefährt erwähnte Plagueis den Tod von Rujus Gnome, der offizielle Name von Tenebris, und beauftragte Lash Hill mit dem Erwerb des Besitzes des verstorbenen Bith. Des Weiteren wies er Hill an, große Flächen der Nordhalbkugel Baldemnix zu erwerben, wegen des Kotorses Erzvorkommens. Dieses sollte nicht in die Hände der Jedi gelangen. Für die Zusammenkunft auf Sojourn plante Plagueis die Einladung der Eigentümer von Subtext Bergbau, da er sich an ihnen für den Tod seines Meisters rächen wollte. Einmal im Jahr trafen sich die wichtigsten Leute von Damask Holdings auf Sojourn, um über galaxisweite Themen zu diskutieren. Senatoren, Funktionäre des IBCs, Direktoren der Handelsföderation und Geschäftsleute schlossen Bündnisse, feierten und machten sich lustig über die Galaktische Republik. Hego Damask war ebenfalls dort, um wichtige Audienzen zu führen. Gadula Besadi, die Ältere, suchte ihn auf, um die Unterstützung in Form von Credits zu erbitten. Er versprach ihr Geld zu geben, wenn er Mitteilhaber der Pottrennstrecke würde, die sie vorhatte zu bauen. Außerdem sollte sie sich dafür einsetzen, dass sich der Verbrecherboss Cabra mit der schwarzen Sonne über Nar Shaddaa einigt. Sie akzeptierte die Bedingungen und nun suchten die Jinchori um eine Audienz. Sie wollten in den Senat aufgenommen werden. Darth Plagueis versuchte sie durch Machtsuggestion zu beeinflussen, doch als dies nicht funktionierte, sagte er ihnen, er würde sich dafür einsetzen, die Jinchori in den Senat aufzunehmen, wenn sie ihm irgendwann irgendeinen Gefallen tun würden. Sie akzeptierten und der Sekretär des Kranprotektorats marschierte ein. Er verlangte, dass Damask Holdings Gadula am Bau einer Pottrennstrecke hindern soll, da Malister viel Geld mit Pottrenn verdient. Darth Plagueis provozierte ihn und als er wütend den Raum verließ, sagte er zu Lars Hill, dass man ihm zeigen müsse, dass er ersetzbar ist. Als letztes kamen die Gossams von Subtext Bergbau. Nachdem Darth Plagueis sie erpresst hatte, erzählten sie ihm von dem riesigen Plasma-Vorkommen auf Naboo und dass es noch keinem gehört. Sie erzählten ihm außerdem, dass die Königsfamilie auf Naboo keinen galaktischen Handel betreiben will. Darth Plagueis ließ die Gossams am Leben und befahl seiner Sonnengarde, sie auf dem nächstgelegenen Planeten auszusetzen, im Falle, dass Plagueis sie noch benötigen sollte. Nach einer weiteren, nicht sehr wichtigen Versammlung konnte Plagueis nicht schlafen und befand sich draußen, als es einen Sicherheitsalarm im östlichen Bereich des Anwesens gab. Er ging dem Alarm nach, machte sich selbst auf den Weg in den Wald und stieß dort auf Darth Venemis. Er war schockiert darüber, als Venemis ihm davon berichtete, dass er auch Darth Tenebris Schüler war. Doch als Plagueis ihm erzählte, dass Tenebris tot ist, schenkte Darth Venemis dieser Nachricht keinen Glauben und stürmte auf Plagueis zu. Venemis war zuerst im Vorteil, da er von Tenebris nicht nur unterrichtet worden war, aber ebenso darauf vorbereitet wurde, Plagueis umzubringen und deshalb seinen Kampfstil kannte. Plagueis setzte ab dann nur noch auf Verteidigung und als sein Gegner dies merkte und seine Angriffe stärker, aber weniger präzise wurden, bezwang Plagueis ihn mit einem kraftvollen Schlag. Venemis kniete vor ihm und bot an, sein Schüler zu werden, was Plagueis jedoch ablehnte und ihm stattdessen befahl, eine Koma-Blüte zu essen. Als Venemis dann bewusstlos war, brachte Plagueis ihn nach Munilinst auf seine Insel Abura und steckte ihn in einen seiner Bagda-Tanks. Er belebte ihn und tötete ihn mehrmals wieder, bis er ihn irgendwann endgültig umbrachte. Suche nach Venemis Schülern Im Raumschiff von Darth Venemis fand Plagueis Daten über sechs Machtnutzer, die Venemis als seine potenziellen Schüler gespeichert hatte. Plagueis musste nun herausfinden, ob sie ihm gefährlich werden könnten und ließ Informationen über sie zusammentragen. Er fand heraus, dass drei der Machtnutzer bereits gestorben waren, es blieben also nur noch drei zu finden. Der erste war als Quarren abgespeichert. Es hieß, er hätte schon in zahlreichen Casinos abkassiert, von Coruscant bis nach Taris. Die neueste Glücksträhne wurde vergangene Woche in Leena notiert, als jemand dem Casino-Kollidierer viel Geld abzockte. Plagueis vermutete dort den Quarren und reiste mit Eleven vor die nach Leena. Sie wurden herzlichst vom solustanischen Manager begrüßt und in sein Büro geführt. Plagueis erkundigte sich, ob Personen, die viel Geld machen, auf die Macht hin getestet werden, der Manager bestätigte. Mitten im Gespräch kam plötzlich die Meldung, dass es gerade wieder eine Glücksträhne gäbe und als Plagueis die Erlaubnis bekam, selbst nachzusehen, ging er hinunter. Zur Plagueis Enttäuschung war es ein Kubats, der die Glücksträhne hatte. Plagueis nahm bei ihm die Macht wahr, mit deren Hilfe der Kubats das Spiel manipulierte. Der Spieler merkte, dass er entlarvt worden war und ging schnell zur Bar. Plagueis ging wieder in das Büro des Managers, der ihm eine Liste mit all den Personen zeigte, die keine Casinos mehr betreten durften, weil sie als Betrüger galten. Als sie das Casino verließen, sagte Eleven Fordy, dass die gesuchten potenziellen Schüler von Venemis ungefähr die gleiche Größe und Statur hatten. Plagueis kam zum Schluss, dass es sich um einen Gestaltwandler, einen Schiido handeln musste. Sie verfolgten den Kubats durch die ganze Stadt. Nachdem er Geld abgehoben hatte, hackten Plagueis und Eleven Fordy den Automaten und sahen, an wen die Überweisung ging. Carid Santhi der Zweite, der Geschäftsführer von Siena Flottensysteme und einer der reichsten Männer der Galaxis. Sie verfolgten den Schiido weiter und stellten ihm eine Falle. Plagueis fragte ihn, warum er Geld an einen der reichsten Männer der Galaxis überweist und er antwortete, dass Carid sehr viele Spielschulden bei der Schwarzen Sonne hat. Wenn er diese nicht begleichen würde, käme der Skandal an die Öffentlichkeit. Plagueis mochte die Schwarze Sonne nicht und drohte dem Schiido damit, ihn an die Glücksspielindustrie zu verraten, außer er würde sich auf einem entlegenen Planeten zur Ruhe setzen. Ob er dieser Drohung nachging, ist nicht bekannt. Was die zweite potenzielle Schülerin anging, lag lediglich die Information vor, dass sie auf Salukamai beheimatet gewesen sei und dort als die Prophetin bekannt war. Darth Plagueis reiste also nach Salukamai. Ein Gleiter brachte ihn und viele andere in eine abgelegene Wüste. Die Prophetin hatte viele Anhänger, die in Zelten und anderen kleinen Behausungen wohnten. Plagueis begab sich, zusammen mit einem riesigen Aufgebot verschiedenster Spezien, in ein Amphitheater. Alle dringelten, um einen möglichst guten Platz zu finden. Schließlich kam die Prophetin mit ihrem Gefolge in Pottrennern in das Theater gefahren und Stille legte sich über das Theater. Sie war eine Iktocchi, die bekannt dafür war, die Zukunft sehen zu können. Sie stieg auf ein Podest und fing an zu reden. Sie erzählte von einem gewaltigen Krieg, den Klonkriegen, von einer sich daraus erhebenden neuen Ordnung, regiert von einem Despoten. Am Ende sagte sie voraus, dass nur diejenigen überleben würden, die egoistisch sind, andere nur als Mittel zum Zweck sehen würden und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Plagueis war fasziniert, als die Menge tobte. Sie erschuf eine Art Armee aus Sith. Was sie verbreitete, war die dunkle Seite. So fasziniert Plagueis auch war, er musste sie loswerden, weil sie eine Gefahr darstellte. Ihre Botschaft war es, sich niemals unterzuordnen. Doch genau das war es, was das frühere Sith Imperium vernichtet hatte. Jeder wollte der Größte sein, und so hat sich das Imperium innerlich selbst zerstört. Plagueis aber wollte der Anführer über die Galaxis werden. Ihre Botschaft hätte also sein müssen, dass sich jeder fügen solle. Doch so würden sie Plagueis nur vernichten wollen. Das konnte er nicht zulassen. Als alle zum Schluss anstanden, um die Hände der Prophetin zu berühren und so von der dunklen Seite zu kosten, stellte sich auch Plagueis an. Als er an der Reihe war, spürte die Prophetin seine ungeheure Macht und wollte seine Dienerin werden. Doch Plagueis lehnte ab und tötete sie mit Hilfe von Macht blitzen. Großes Chaos brach aus, alle rannten weg, es gab Prügeleien. Doch Plagueis war es in diesem Durcheinander möglich, ungesehen zu fliehen und er verließ Salukamai. Über den letzten Machtnutzer gab es lediglich die Information, dass er Nath Lair hieß, ein Nautolaner war und vor fünf Jahren nach Bedlam ins Bedlam Institut für geisteskranke Straftäter eingewiesen wurde. Am Rande angemerkt, der Begriff geisteskrank ist veraltet, heute ist der Begriff psychisch gestört gebräuchlich. Er reiste also mit Eleven vor die dorthin, um ihn zu suchen. Der itorianische Leiter des Instituts empfing Plagueis, der sich als Testamentsvollstrecker von Nath Lair ausgab. Er erfuhr, dass Nath Lair eingewiesen wurde, wegen Folter an Kleintieren, Brandstiftung und weiterer Verbrechen. Er erfuhr aber auch, dass Nath Lair vor kurzem mit Hilfe eines Bith ausgebrochen ist, der sich im Institut als Arzt ausgab. Plagueis dachte sich schon, dass es sich um Venemis handelte, und auf die Frage, wohin Nath Lair verschwunden sein könnte, antwortete der Leiter, dass die Institutschiffe nicht sonderlich gut waren und er deswegen entweder auf Felucia, Kalula oder Abraxin sein müsste. Zudem hatte der Leiter schon die Jedi gebeten, bei der Suche zu helfen. Als Plagueis wieder abreiste, fand Eleven vor die einen Eintrag im Holonetz, dem zufolge ein Dutzend Marschphantome in der Nähe einer Barabell-Siedlung auf Abraxin abgeschlachtet wurden sind. Plagueis vermutete Nath Lair dahinter und sie reisten nach Abraxin. Dort angekommen, hörten sie sich in der Siedlung um und erfuhren, dass die Barabel der Meinung waren, die Pest hätte die Marschphantome getötet. Sie entdeckten außerdem ein Muster hinter den Angriffen. Dann trafen sie auf zwei Jedi, die ebenfalls der Spur gefolgt waren. Plagueis erzählte ihnen, er wäre ein Funktionär des Bankenclans und sei geschäftlich hier. In der Nacht am Ufer eines Sumpfes öffnete sich Plagueis der Macht und rief Nath Lair. Er folgte dem Ruf, kam zu ihm und fragte Plagueis, wer er ist. Plagueis antwortete ihm, er hat Venemis umgebracht. Nath Lair kniete sich vor Plagueis nieder und betrachtete ihn als seinen neuen Meister. Doch plötzlich kamen die Jedi mit einem Wasserskimmer auf sie zu. Plagueis befahl Nath Lair, die Jedi zu töten, verschloss sich gegenüber der Macht und versteckte sich, sodass die Jedi ihn unter keinen Umständen finden würden. Nath Lair kämpfte gegen die Jedi vergebens und wurde getötet. Plagueis hatte nun alle Gefahren seitens Venemis ausgeschaltet und verließ er Braxen so schnell wieder, wie er gekommen war. Forschungen Plagueis begab sich auf sein Anwesen auf Munilinst, eine Insel namens Abura und wies Eleven 4D in die Arbeit ein, die der Druide in Plagueis Forschungslaboratorien verrichten sollte. Das heißt, Beobachtung und Untersuchung von mehreren Spezien, die unter verschiedenen Bedingungen gehalten wurden, unter anderem in Bagdad Tanks. Plagueis stellte außerdem seine Bibliothek zur Verfügung, weswegen er Eleven 4D nun nach seiner ursprünglichen Programmierung arbeiten ließ und seinen Speicher mit dem Wissen ergänzte, das er in der Bibliothek finden konnte. Plagues Ziel war es, ewig zu leben, weswegen er sämtliche Experimente in Bezug auf das Verhalten der Midichlorianer vornahm. Seine Experimente bewiesen schließlich, dass die Midichlorianer kontrolliert werden konnten und er sinnierte darüber, durch die Zeit zu reisen oder mithilfe der Midichlorianer den Geist in einen anderen Körper zu übertragen. Später begann er sich für Machtgeister zu interessieren, die ihr Bewusstsein allen Anschein nach, auch nach ihrem Tod, erhalten konnten. Er wusste, dass es sich bei den Torwächtern seiner Sith-Holocrons eher um programmierbare Intelligenzen als um wahre Geister handelte. Deshalb reiste er nach Korriban, der Heimatwelt der Sith-Spezies und dem späteren Friedhof der Sith, um die Geister selbst zu befragen. Auf Korriban besuchte er zuerst das von Grabmählern gesäumte Tal der Dunklen Lords und betrat die Gräber von König Hecagram Grouch und Sorsus Sin. Jedoch konnte er keine Geister entdecken und wollte gerade zurück in sein Schiff steigen, als ihm eine Erscheinung des seit Jahrtausenden verstorbenen Dunklen Lords Marker Ragnos begegnete. Ragnos Geist bezweifelte, dass Plagueis würdig sei, den Titel eines Darth zu tragen und prangerte Plagueis Vorhaben an, mit dem uralten Traditionen des Sith brechen zu wollen. Als Plagueis ihm einige Fragen stellte, knurrte Ragnos nur und verschwand. Auf der Rückreise nach Munilinst dachte er erneut über diese Begegnung nach und glaubte, dass sich alles nur in seinem Kopf abgespielt hatte. Ausbildung von Sidious 65 vor der Schlacht von Javin lernte Plagueis auf dem kleinen Planeten Naboo unter dem Namen Hego Damask den jungen adligen Palpatine kennen. Da sich herausstellte, dass die beiden ähnliche Vorstellungen für die Zukunft Naboo hatten, lieferte Palpatine für Plagueis zukünftig interne Informationen aus den Adelshäusern Naboo's. Palpatines Vater, Kusinga, kam ihn jedoch auf die Schliche und wollte den Kontakt seines Sohnes zu Plagueis unterbinden. Als der 17-Jährige mit einem Jugendprogramm auf Chandrila war, landete die Jaffan 3, das Familienschiff der Familie Palpatine. Die Wachen Kusingas zwangen den Jungen an Bord zu gehen zu seinen Eltern und Geschwistern. Auf dem Schiff kam es zu einem Streit zwischen dem Jungen und seinem Vater. Beeinflusst durch die Manipulationen Plagueis tötete der junge Palpatine zuerst seinen Vater und dann die restliche Familie sowie alle Wachen. Danach kontaktierte er Plagueis, der ihn zu sich holte, sich ihm als Sith offenbarte und Palpatine als seinen Schüler annahm. Während Sidious Training das Jahrzehnte andauerte, gab Plagueis seinem Schüler Holocrons, um die dunkle Seite der Macht weiter zu erforschen. Er brachte ihm bei, dass er nur der dunklen Seite der Macht vollkommen dienen konnte, indem er sich seinen Schwächen stellte und sich von Dingen trennte, die er begehrte oder liebte. Er lehrte ihn außerdem, dass er sich seinen Aufstieg langsam erarbeiten und seine Gruppe von Anhängern vergrößern musste, bis er Herrscher über die Galaxis war. Er förderte auch seine Waffenkenntnisse, um die Stärke eines Gegners einschätzen zu können. Inzwischen begann Sidious auch, mit Plagueis Einverständnis, den Attentäter Darth Maul zu trainieren. Nachdem er die Lehren seines Meisters verstanden hatte, war er stark genug, ihm gegenüber zu treten. Attentat auf Plagueis Der wohlhabende Moon Lars Hill plante sich dem Orden des Geneigten Kreises anzuschließen. Das Gebäude des Ordens befand sich im Phobosi-Distrikt auf Coruscant. Auch Plagueis und Eleven Fordi waren zugegen, um dem Beitrittsritual beizuwohnen. Plagueis gefiel die Vorstellung, dass sein engster Berater einem großen galaxisweiten Geheimbund angehören würde und er so exklusive Informationen zum galaktischen Geschehen bekommen würde. Als die Mitglieder des Ordens den Raum betraten, spürte Plagueis etwas Dunkles um diese Mitglieder herum, doch als er die Gefahr erkannte, war es bereits zu spät. Es waren nicht die Mitglieder des geneigten Kreises, es waren verkleidete maladianische Killer, welche nun Lush Hill köpften und mit Enthaupterscheiben attackierten. Alle Moons um Plagueis herum wurden verletzt und auch Eleven vor die wurde von mehreren Enthaupterscheiben getroffen. Plagueis blieb aber nicht unverletzt, auch er wurde am Kinn getroffen und fiel zu Boden. Zur gleichen Zeit erzählte Saite Pestage Palpatine davon, dass das Kranprotektorat die Maladiana angeheuert hatte, ein Attentat auf ein wichtiges Mitglied von Damask Holdings auszuführen. Sidious wusste sofort, dass Plagueis in Gefahr war und eilte zu ihm. Währenddessen kämpfte Plagueis mit dem Tod, da er schon mehrere lebensbedrohliche Verletzungen erlitten hatte. Er konnte die Attentäter zwar noch bekämpfen, doch es waren zu viele. Im letzten Moment erschien Sidious und tötete die Killer. Plagueis machte sich Vorwürfe, dass er die Angriffe hätte voraussehen müssen. Das Attentat hat ihn sehr geprägt, da er sich danach 20 Jahre auf Sojourn zurückzog und dem Studium der Macht widmete. Seitdem musste Plagueis außerdem eine Atemmaske tragen. Die Mitglieder des Kranprotektorats aber wurden von Sidious getötet. Aus Zeit auf Sojourn Nach dem Attentat zog sich Plagueis auf Sojourn zurück. Er wollte wachsamer sein, um nicht noch einmal Opfer eines solchen Ereignisses zu werden. So schaffte er es schließlich, nicht mehr schlafen zu müssen. Auch seine Machtfähigkeiten verbesserte er erheblich. Schließlich gelang ihm auch der Durchbruch mit den Midichlorianern, sein, sodass er Darth Venemis mehrmals tötete und wiederbelebte. Er war inzwischen so mächtig, dass er kurz davor war, nicht mehr zu altern und er konnte sogar Macht Suggestion bei den Ninjuri anwenden. Sein intensives Studium der Macht ließ Sidious Ausbildung links liegen und auch der große Plan der Sith war ihm nicht mehr so wichtig, weswegen Sidious auf sich allein gestellt war. Doch obwohl Plagueis so mächtig war, hatte er Angst davor, dass die Macht irgendwann zurückschlagen würde. Der Tod von Darth Plagueis Als Plagueis erkannte, dass er sich wieder mehr dem großen Plan der Sith widmen müsste, unterstützte er Sidious wieder und verließ seine Festung auf Sojourn. 32 vor der Schlacht von Yavin war der große Plan nun in seiner entscheidenden Phase. Plagueis hatte Seife Dias dazu bewegt, eine Klonarmee in Auftrag zu geben, die er finanzieren würde. Doku war nun soweit, auf die dunkle Seite gezogen zu werden. Die Konföderation unabhängiger Systeme stand schon in den Startlöchern und Sidious stand kurz davor, oberster Kanzler zu werden. Ein Tag vor der Ernennung Palpatines zum obersten Kanzler trafen sich er und Plagueis in Plagueis Anwesen auf Coruscant. Bei diesem Treffen tranken sie auf die bevorstehende Ernennung Palpatines zum Kanzler wobei Plagueis ein wenig über die Stränge schlug. Dies hatte zufolge dass Plagueis Sinne benebelt waren und er schließlich einschlief. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte Sidious und schleuderte Machtblitze gegen Plagueis. Plagueis ahnte diesen Angriff nicht im geringsten und konnte sich nicht mehr wehren. Während Plagueis immer weiter erstickte weil die Blitze seine Atemmaske zerstört hatten erzählte Sidious ihm dass er nie vor hatte Plagueis am Leben zu lassen er wollte lediglich so viel wie möglich von ihm lernen und ihn dann umbringen außerdem erklärte er ihm dass er es war der den großen Plan der Sith vervollständigte und dass er auch allen Ruhm tragen würde Sidious warf ihm zu dem vor dass Plagueis ihm nie beigebracht hatte wie man Midichlorianer beeinflussen könnte um Leben zu retten und so starb Plagueis weil er immer fest daran glaubte dass er und Sidious die Regel der zwei brechen würden Vermächtnis nach seinem Tod vernichtete sein ehemaliger Schüler Darth Sidious alle Informationen über Darth Plagueis seine Überreste verwahrte Palpatine in einer der Geisterurnen die die Tür in seinem privaten Büro flankierten ob Plagueis sein Vorhaben Leben zu erschaffen noch vor seinem Tod in die Wege leiten konnte ist unklar Es gibt Vermutungen dass Plagueis selbst mit der Macht den jungen Anakin Skywalker erschuf Obwohl Sidious alles Wissen von seinem Meister geerbt hatte war er nach dessen Tod nicht in der Lage selbst das Leben zu verlängern oder gar zu erschaffen Deswegen war er auf einen Klonkörper angewiesen um auch nach seinem Tod weiter leben zu können Sidious berichtete seinen Schülern Darth Tyranus und Darth Vader nur wenig über seinen Meister Im Jahr 19 vor der Schlacht von Yavin erzählte Palpatine Anakin Skywalker die Tragödie von Darth Plague dem Weisen um ihn auf die dunkle Seite zu verführen Er berichtete von seinen ungewöhnlichen Fähigkeiten und der tragischen Ironie seines Todes da er nur andere und nicht sich selbst retten konnte Damit spielte er auf Anakins Vision vom Tod seiner heimlichen Frau Padme Amidala an wohl im Wissen dass Anakin nach Möglichkeiten suchte sie zu retten Er wurde auch Teil der Legende um Tag Greenlee und Bing Otona wonach er sie angeblich während seiner Experimente erschuf Plagueis war ein weiser Sith Lord der das Mystische liebte Durch seine Kenntnis von der Manipulation des Lebens zur Erschaffung von Leben war er an den Dingen der materiellen Welt interessiert so dass auch Darth Vader später darüber nachdachte ob Plagueis Geist seinen Körper nach seinem Tod verlassen und eine andere Hülle gesucht hatte Sedias Meinung nach blickte er so tief nach innen dass er das Leben selbst verstand und meisterte Er Er fürchtete nichts mehr als die Macht zu verlieren die er besaß Gleichzeitig war er geradezu besessen von der Manipulation der Midichlorianer und vernachlässigte dabei seine Puppenspielerrolle als Schlüsselfigur des intergalaktischen Bankenverbandes Er hatte für die Ritualgesänge und Beschwörungen der alten Sith nicht viel übrig und versuchte die Auswirkungen eines Rituals oder eines Talismans rational zu erklären Obwohl es zu einem Ritual gehörte dass die Sith Schüler ihren Meister nach Abschluss der Prüfungen töteten sah er seinen eigenen Tod nie kommen Plagueis war außerdem der Ansicht dass er der Sith Lord sein würde der die Republik und den Jedi Orden vernichten würde Er arbeitete fokussiert auf jenes Ziel hin und manipulierte Politiker und andere einflussreiche Personen um den Sith Orden zu stärken Hinter den Kulissen Erstmals in Labyrinth des Bösen erwähnt ist Darth Plagueis eine mythen umwobene Figur deren Geschichte sich nur erahnen lässt Der Name Plagueis kommt vom Englischen to plague was so viel heißt wie quälen oder foltern oder von der Krankheit der Pest Ursprünglich plante der Autor James Luceno einen Roman über das Leben und Wirken Plagueis zu verfassen sodass Starwars.com schon eine Vorankündigung des Romans veröffentlichte darunter auch die Information dass Plagueis ein Moon war Im März 2007 verkündete die Redakteurin Sue Rostoni dass der Roman nicht erscheinen würde da es Zitat nicht die richtige Zeit für einen Einblick in Palpatines Vergangenheit und Plagueis Anfänge sei Zitat Ende Stattdessen erschien 2007 Die Regel der Zwei von Drew Capishin Sue Rostoni gab hernach bekannt dass es einen Roman über Darth Plagueis von James Luceno geben würde Der Publikationstermin für die englischsprachige Fassung war der 27. Dezember 2011 Einige der Lehren von Darth Plagueis an seinen Schüler Darth Sidious sind im Buch Dunkler Lord Der Aufstieg des Darth Vader enthalten Für das Spiel The Force Unleashed wollte das Produktionsteam Plagueis als Machtgeist auftreten lassen der dem Spieler mehr dunkle Macht und Informationen geben sollte In einer anderen Version sollte er Teil der Verschwörung Vedas gegen die Jedi sein oder wiedergeboren werden um dem Spieler als Meister zu dienen Dieser Podcast wurde produziert von Nikolas Antohevic und ist verfügbar unter der Creative Commons Lizenz BYSA 4.0 Der vorgelesene Artikel ist unter der GNU Free Documentation License auf jedipedia.de verfügbar Abonniere doch den Instagram Account schlaf gut mit jedipedia Ich sch mundane schwarz sch peanuts schwarz 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 Natürlich dira schwarz schwarz Schwarz